Durchschuss in der Nachtspielzeit für Bayreuth. Warum ist es Nachtspielzeit? Ich verstehe doch nicht. Nachtspielzeit, ja, weil das waren Verletzungspausen. Kurz Abend materieren. Nee, was? Du, ich habe heute schon materiert. Ja, es gibt aber ein Wort, wo du saß. Ich schätze noch fünf Minuten. Ich hoffe jetzt gleich auf, haben sie gewonnen, nämlich, weil. Aber die Spielvereinigung Oberfranken, die AP erklärt, ist auch kein Hühnerhau mehr jetzt, ja, Handspiel oder nicht. Das klärt sich ja auch jetzt. Und es gibt Freistoß. Rechts! Ja, ich komme. Mitte! Ja, es gibt nochmal Einwohner für die Spielvereinigung Oberfranken-Bayreuth-Armeteure. Die letzten Barmeloen. Mitte! Da spielen wir ja noch nicht. Ja, jetzt! Jetzt die Kopf! Es gibt Einwurf. Oder Ege? Einwurf. Auf geht's! Ja, da muss der Ballkünstler sein. Ja, da muss der Ballkünstler sein. Mitte! Hey, Gott! Ja, fand ich der Einwohner. Der hat fand ich der Einwohner gemacht. Der hat auch aufgestiegen, der bin ja mit dem. Nee, der... Ja? Was? Der bin ja mit dem, der hat auch noch mitgestiegen. Mhm. Ja. Der hat aber aufgestiegen. Ja! Ey, geh hin! Der hat auch noch ein bisschen Sportschau. Du hattest immer noch den Fahrzeug. Ja. 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 Hey, komm mal, da kennt ihr was! Hey! Ach! Hand es auf! Hey! Schieb! Hey! 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 Ich bin Zeit. Ah! Eine Uhr! Ich bin Zeit. Wir führen. Ich gehe hier mitte zu euch einmal. Raus! 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 Oh, da muss jetzt laufen. Oh je, die sind beide weg. Nein, ich schaffte das nicht. Jetzt ist es nicht mehr lang. Eine Minute. Wer weiß, bitte? Das Gefühl weiß ich. Wie ich den Sportplatz komme. Ich war noch nie da. Ja. 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 Jetzt machen wir Unterbrechung. Immer Relegationsspiel. Man handelt voll weg. Die Kamera wird heiß. Freistoß. Für die Jungen Bayreuth. Auf geht's. Rechts. Ja. Jetzt laufen. Und hau hinein. Ja. Ecke. Jetzt. Jetzt läuft. Ja. Jetzt. Jetzt läuft. Nee, ich trauere nicht. Jetzt füttest du. Nein. Mit dem Hut. See, ihr pies. Hey Bad. Auf geht's. Jetzt. Jetzt geht's ab. Das geht's los. Ab geht's. Hoch. Hoch. Jawohl. Wir haben es geschafft, die Relegation 2 zu 1, das Rückspiel in Neuen-Trösen-Hölfen. Heute gibt es aber kein Interview.